Das Spannende an der Lehre ist, wir entwickeln sehr viele Dinge zu machen, es wird einem nie langweilig. AXA Winterthur ist eine internationale Firma und durch das haben wir auch mit anderen Ländern zu tun. Ich finde Versicherungen sind überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, wer übernimmt z.B. die Kosten von einem Unfall oder wie kann man im Alter sparen? Ich habe letztens den Versicherungsgunkurs abgeschlossen und es war sehr sparrend. Das sind Themen, die mich sehr interessieren. Mein Name ist Nicolas Brunner und ich mache im Moment die Lehre als Informatiker Fachrichtung Systemtechnik. Im Moment bin ich in der User Administration. Das heisst, ich mache Sachen für User, sei das ein neuer User, erstellen oder anpassen oder anlöschen. Das Coole hier ist, dass man sehr viele verschiedene Leute kennenlernen durfte. Die Vielseitigkeit, die Zusammenarbeit im Team. Man macht vielleicht mal ein Telefon auf Französisch oder ein E-Mail auf Englisch. Ich heisse Michel und ich mache das KV und bin im zweiten Lehrjahr. Spannend an der Lehre als KV ist einfach auch, dass man mit Kunden Kontakt haben und auch Kontakt knüpfen kann. Und so auch viel fürs Leben lernt. Am meisten motiviert mich das Feedback von Kunden, wie ich ihnen helfen konnte und wie sie Lachen vom Gesicht haben. Mein Name ist Luca Huder. Ich mache die vierjährige Lehre als Mediamatiker bei DAXA. Ich lerne viel über Gestaltung, Design, Multimedia, Themen, Informatik. Es ist sehr vielseitig. Ich habe mich für eine Lehre bei DAXA entschieden. Weil mich schon am ersten Tag, am Selektionsmorgen, die Leute völlig überzogen haben mit ihrer sympathischen und offenen Art. Weil ich einfach gefunden habe, dass eine grosse Firma für mich das Beste ist und das hat sich jetzt auch so bewiesen. DAXA kümmert sich sehr darum, dass es den Mitarbeitern gut geht und das merkt man auch im Arbeitsklima. Ich wollte nicht der einzige Lehrling sein. Darum bin ich auf DAXA gekommen, wo ich mehrere Mitstifte habe. Mein Name ist Markus Jutzeler und ich bin verantwortlich für das Lehrlingswesen bei DAXA Winterthur. Die Betreuung der Ausbilder und der Ausbildnerin ist sehr gut. Meine Berufsbildnerin ist immer für mich da, wenn ich etwas brauche. Neben dem, dass wir sehr gute Zahlen haben bei der Wiedereinstellung unserer Lernenden, ist es auch die Art und Weise, wie sie an eurem Praxisplatz geschätzt werden. Und natürlich auch die sehr, sehr gute Stimmung, die wir bei den Lernenden haben, die das Lehrlingswesen bei DAXA Winterthur auszeichnet. Für die Schüler, die sich gerne mit DAXA bewerben würden, die müssen einfach offen sein. Dass sie Engagement zeigen, dass sie ein wenig Pfeffer im Blut haben und dass sie auch Spass haben bei dem, was sie da machen.